Hallo, heute erzählen wir euch etwas über Nordrhein-Westfalen. Und über die Stadt Köln, weil Nordrhein-Westfalen heute ihren sitzigsten Geburtstag feiert. Köln hat ungefähr eine Million Einwohner und gehört zu den meistbesuchten Städten in Nordrhein-Westfalen. Es hat viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Kölner Dom oder die berühmte Brücke mit den vielen Liebesschlössen. Es gibt nicht mehr so viele grüne Stellen wie Köln, aber manchmal findet man noch welche, wie auf unserem Schulhof, und dann macht das Kölner viel mehr Spaß. Auch wenn es kein gutes Wetter ist, kann man viel mehr spielen. Auch wenn man nicht will. Köln ist eine Großstadt, deswegen gibt es hier auch schon viele Gebäude, wie zum Beispiel ein Gebäude aus unserer Schule. Und das ist das Ende von unserem Film.